Willkommen zu unseren News am Wochenende Kalenderwoche 43 und das sind die News der Woche. Am 10. November erscheint das heiß erwartete Assassin's Creed Valhalla und an diesem Termin wird sich auch wohl nichts mehr ändern, denn wie Ubisoft über Twitter bekannt gab, erreichte das Wikinger-Abenteuer den Gold-Status und ist somit für die Auslieferung an die Händler eures Vertrauens bereit. Zudem veröffentlichte Ubisoft auch einen Roadmap-Trailer, in dem man bekannt gab, was uns nach Release an Inhalte erwarten. Nach dem Release des Hauptspiels gibt es zwei große Bezahl-Deals sowie kostenlose Season-Updates. Den Trailer verlinken wir euch in der Videobeschreibung. Neben den Ingame-Inhalten und den verschiedenen Accessoires, die Ubisoft zum Kauf anbietet, wird es zudem auch Kleidung geben. Dies gab Ubisoft gemeinsam mit Reebok bekannt. Die Assassin's Creed Valhalla Collection wird es ab dem 7. November exklusiv über die Reebok-Webseite geben und ab dem 11. November bei ausgewählten Retailern erhältlich sein. Die Partnerschaft präsentiert eine Capsule-Collection, die neben drei Sneaker-Modellen auch Hoodies und Accessoires, inspiriert von den Wikinger-Saga, beinhalten. Ubisoft gab diese Woche bekannt, dass man das existierende System um Uplay und Ubisoft Club umbauen und erweitern werde. Zudem erhält das System mit Ubisoft Connect einen neuen Namen. Connect basiert auf die beiden bisherigen bekannten Systemen. Neben schon bestehenden Features möchte man vor allem im Bereich Community und Loyalität erweitern. Auch möchte Ubisoft mit Connect Cross-Progression und Cross-Play unterstützen. Um den Start von Ubisoft Connect einzuleiten, werden mehr als 1000 Legacy-Ubisoft-Club-Belohnungen kostenlos für alle Spieler freigeschaltet, ab sofort. Die neue Benutzeroberfläche geht gemeinsam mit Watch Dogs Ligen am 29. Oktober an den Start. Wie schon bei der Gamescom oder vergleichbaren Veranstaltung bleibt auch die Dreamhack in Leipzig nicht vom Covid-19 verschont. Dennoch sollen Fans nicht ohne die Dreamhack auskommen müssen. Mit Freunden und Bekannten ist man eingeladen, sich in kleinen Gruppen zu treffen und an der Online-Veranstaltung Dreamhack Leipzig Home Edition teilzunehmen. Zusagen gibt es bereits vom ESWD, der Uniliga, sowie den Clans Multigaming e.V. und Reactor Squad. Locations wie das Level Berlin, das 1337 Camp und Take Gaming Bar haben sich außerdem schon als Treffpunkt angeboten. Für 2022 hat das Organisationsteam zudem wieder eine Dreamhack Leipzig vor Ort zugesichert. Sie soll vom 28. bis 30. Januar stattfinden. Mit gerade einmal 825 Gigabyte ist die eingebaute SSD-Festplatte der PlayStation 5 etwas mager ausgestattet. Auch wenn dies noch bei einer PlayStation 4 gereicht hat, werden doch die Spiele immer größer. Zudem sollen Gerüchten zufolge der interne Speicher gerade einmal 664 Gigabyte für Spiele zur Verfügung stehen. Jedoch hat Sony wie schon bei der PS4 mitgedacht und uns eine Option gegeben, die PS5 mit kompatiblen SSDs aufzurüsten. Das erste Preisschild einer von der Next-Gen-Konsole unterstützten SSD wohl nun von einem Fan in einem Walmart gesichtet. Dem Tweet von Games&Vario zufolge wird in der amerikanischen Supermarktkette für 115 US-Dollar eine PS5 SSD mit 500 Gigabyte verkauft. 115 US-Dollar bzw. umgerechnet 100 Euro hören sich fair an, verglichen mit anderen SSDs. Aus dem Tweet geht allerdings nicht hervor, um welches SSD-Modell es sich hierbei genau handelt, da nicht jede SSD automatisch mit der PS5 kompatibel ist, weshalb Sony entsprechende Geräte mit einem Zertifikat ausstatten will. Laut Codemasters erscheint der Arcade Racer Dirt 5 jetzt ebenfalls zum Start der PS5 am 19. November. Für Rennspielfans eine sehr gute Nachricht, da bisher nur Destruction All-Stars zum Start der Konsole angekündigt wurde und man auf Gran Turismo 7 warten muss. Das PS5-Upgrade wartet mit Cross-Gen-Support für Online-Rennen mit PS4-Spielern, 4K und eine 120-FPS-Option, haptisches DualSense-Feedback und adaptive Trigger-Support. Wer sich Dirt 5 schon zum Release am 6. November für die PS4 kauft, sollte bedenken, dass eine Cross-Save-Funktion nicht unterstützt wird. Ihr könnt euren Spielstand von der PS4 auf die PS5 nicht übertragen. Dirt 5 erscheint am 6. November für PC, Xbox One und PS4, am 10. November für Xbox Series und am 19. November für PS5. Ja, das waren die News der KW43. An dieser Stelle verabschieden wir uns von euch. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung von euch freuen und damit ihr keines unserer Videos verpasst, einfach ein Abo dalassen und das Glöckchen aktivieren. Vielen Dank fürs Zusehen, bleibt gesund und guten Hut euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.